Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag den 31.08.2020 und damit auch den letzten Handelstag im August. Unser DAX hat, ja, lassen wir vielleicht mal die letzte Woche Revue passieren. Wir hatten eine relativ schlechte Vorlage in die neue Woche hinein, sind dann mit der Befürchtung schon reingestartet, sodass er wahrscheinlich zum Montag alles wieder rauszieht nach oben, wie er das die letzten Wochen immer wieder getan hat. Immer wieder sehr stark auf dem Montag, auffällig stark auf dem Montag gewesen, wie als würden Fett und EZB wirklich im Schwerpunkt versuchen, immer wieder Montag erstmal die Woche so weit reinzuheben, dass man sagen kann, da muss man nicht mehr viel Geld reinpacken, um die dann auf dem Niveau zu halten. Sehr auffällig gewesen. Daraufhin hat unser DAX dann ein kleines Hoch ausgebildet gegen Mitte der Woche, hat sich dann zum Donnerstag, im spannungsgeladenen Termintag, sag ich mal, wo auch von der Fett interessante Themen kamen, wo die BIP-Zahlen aus den USA kamen, hat sich dann deutlicher nach unten weggedreht, sogar vor dem aktuellen Hoch. Wir haben aktuell ein tieferes Hoch im Chart drin stehen. Und ist deswegen gestern, oder gestern ist verkehrt, ist am Freitag, zum letzten Handelstag, hat er ein bisschen, ja, haben wir dunkle Wolken hier reingemalt mit Blitzen, sie erinnern sich vielleicht, weil einfach nach unten ein bisschen Risiko im Chart lag. Wenn wir jetzt so schauen, hat er das Risiko schon ein bisschen, naja, weggeschoben, ein bisschen Sonnenstrahlen rausgebracht, sich ein bisschen positiver gezeigt, als das vielleicht erwartet war. Aber wenn wir hier auch nochmal in den Chart ganz genau gucken, hatten wir ja hier zum Vortag schon für den Donnerstag eben gesagt, es wäre nicht ungewöhnlich, dass der DAX zum Donnerstag eben hier unten rein sticht, dann wieder komplett zurückläuft bis in den Bereich von 13.200 rum. Wenn Sie das gesehen haben, das ist tatsächlich sogar noch vollendet worden, auch nicht ganz am Donnerstag mehr, aber zumindest in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag war er tatsächlich dann auch hier oben gewesen. Im außerbörsischen Handel, im Nachthandel waren wir nochmal an der 13.200 gewesen, sind von dort aber wieder runtergehauen worden. Also mal wieder von der 13.200 mit sehr viel Wumms und sehr viel Rums bis auf die obere Channelkanne kannte. Und hier muss ich schon fast sagen, bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, dass er die überhaupt gehalten bekommen hat, ne. Weil der Channel ist schon ein bisschen besonders, weil der DAX ihn auf eine Art und Weise gebrochen hat, wie ihm das normalerweise öfter mal auf die Füße fällt. In der Charttechnik ist es schwierig jetzt von immer zu sprechen, aber es ist schon sehr häufig, dass unser DAX, wenn er eben einen Channel komplett von der einen Seite, also im Ausbau von der anderen Seite komplett durchläuft, meist noch mal so mittig in den Channel zurückkehrt. Und das verweigert er halt massiv, ne. Und umso länger er das verweigert, und das tut er ja offensichtlich, wo er sich ja auch hier wieder gut hochziehen konnte, umso wahrscheinlicher wird dann auch bald mal wieder ein Versuch, die 13.200 nach oben zu knacken halt. Das muss man schon sagen. Deswegen würde ich ihm zum Montag auf jeden Fall auf der Oberseite hier noch Chancen mit einräumen. Und ihm vielleicht so eine Art kleinen, ja, oberen Fahrplan mitgeben. Ich denke so, wenn er die 13.120, 13.130 überwindet, wäre es im Grunde eigentlich leicht, sich nochmal an der 13.200 zu versuchen. Dort vielleicht nochmal eine kleine, kleine Denkpause und dann ab Richtung 13.300 und mehr, ne. Also das würde ich schon so mitmachen. Vielleicht im Erstkontakt hier so 13.190, 13.200. Von dort dann einfach ein Stück zurück, ja, dass er hier einfach nochmal ein bisschen zurücksetzt, gegebenenfalls vielleicht auch einen Gap-Kloss macht, 13.130, 13.150 von oben sich nochmal holt und dann wirklich den Weg mal zur 13.300 probiert. Über 13.300 bleibt dann weiterhin ein Beschleunigungsrisiko. Das heißt natürlich auch, sollte unser DAX zum Beispiel mit einem immensen Aufwärtsgap reinkommen. Sieht jetzt aktuell nicht danach aus, aber man sollte niemals nie sagen, ein Aufwärtsgap, ich sag mal, über 1.60, über 13.200, kann es schon sein, dass er sich 8 Uhr, 9 Uhr schon an die 300 stellt und dann hat er es natürlich relativ leicht, oben raus sich einfach so Stück für Stück halt durchzuschieben, ohne dass das eine besonders schöne Bewegung werden muss. Da ist wirklich das Mittel, ist dann der Zweck. Und das wäre auf der Oberseite zu beachten. Ansonsten würde ich unterhalb natürlich genauso weiter hier unsere Kanalkante ein bisschen im Blick behalten. Also wenn er das nicht mehr gehalten bekommt und ich würde auch die 13.300 hier als Trigger tatsächlich nehmen, wie wir das schon am Vortag gemacht haben, auch wenn es jetzt so nicht wirklich fruchtbar gewesen ist und nicht schön geklappt hat. Ich denke aber schon, wenn die 13.000 hier fällt, dass unser DAX nochmal gut und gerne in die Channelmittel reinziehen kann. Und das ist so, da ist mir der Bereich um 12.8, ich sag mal 12.850 bis 12.6, was ist das hier, 12.670 ist es gar nicht, 12.800, 12.850 bis 12.8100, der wäre mir da erstmal wichtig. Im weiteren Verlauf vielleicht sogar nochmal eine 12.670, aber muss jetzt nicht zwingend sein. Wichtig wäre hier tatsächlich, weil das Gäb, das haben wir ja schon geschlossen, also die 12.67 war es sogar, nicht 6.70, 12.67, das Gäb haben wir schon geschlossen, haben dabei aber ein neues offen stehen lassen bei 12.800. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ranläuft. Du musst es nicht unbedingt closen, aber zumindest ranlaufen. Also 12.830, 12.850, 12.830, 12.8100, das ist so der Bereich, wo ich ihn dann da nochmal sehen würde, wenn er unten reintaucht. Also auch wenn wir zum Beispiel einen Abwärtsgäb bekommen und hier uns deutlicher unter die 13.20, 13.000 nach unten legen, würde ich dann dort entsprechend mit einer Bewegung zur 12.800 hinrechnen. Zu den Optionsscheinen hat man jetzt schon angekündigt, dass wir hier vielleicht nochmal einen anderen Emittenten auch nochmal durchprobieren, einfach ein bisschen ein Feeling für bekommen, was gefällt ihnen am besten hier, wo haben sie, wo sehen sie den größten Wert, Mehrwerts haben sich ganz viele halt einfach gewünscht, dass sich die Scheine von Gold mitnehmen, offenbar handeln das einfach mehr. Da waren mit der City zwar mehr zufrieden, aber die City scheint sehr umstrittend zu sein, da waren viele glücklich mit, da haben aber auch viele geschimpft. Bei der Sostjen war die Zurückhaltung eher größer, der Wunsch war halt da, einfach nochmal ein bisschen Goldmann auch mit in Erwägung zu ziehen. Ich habe mir jetzt einfach deswegen dort auch nochmal zwei rausgesucht und würde dann jetzt aber die Woche, sage ich mal auch, jetzt nochmal das letzte Feedback abwarten und dann mich auch für einen der drei entscheiden und das dann einfach mit durchziehen, dann nicht immer wild drin rum wechseln, wenn es zumindest keinen Grund gibt, da drin rum zu wechseln, sodass da auch vielleicht dann ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und wir öfter die gleichen auch nehmen und dass das dann einfach ein weiterer Mehrwert wird, den sie hiermit rausziehen. Also ich würde weiter, das ist unverändert, die Bereiche sind die gleichen, 13, 6, 25 rum, der wird natürlich mit dem K.O. ein bisschen nach unten rutschen, Stück für Stück sind oben Endschein, auch hier in der Aufwärtsstrecke 13, 4, 75, dort ist mir die 12, 5, 70 einfach wichtig, runter zu, beziehungsweise die 12, 5, 50 so der Dreh, 12, 5, 50, 12, 500, das sind so Punkte, wo ich mir vorstellen könnte, dass der DAX im Extrem auch nochmal deutlicher nach oben reagieren würde, wo man dann vielleicht nicht unbedingt direkt im K.O. ausgeführt wird und den später einfach nochmal ein bisschen günstiger abstoßen kann. Ansonsten sollen sie natürlich die Teile nicht halten, ohne Ende, dafür sind sie nicht gedacht, würde ich auch so nicht machen, also wenn der Markt Schwäche zeigt, dann muss der Long raus, in den Short rein, auch wenn es momentan in den Geschiebe ist, es ist auch seit Tagen, Wochen, ja schon fast seit drei Monaten eigentlich, eher mehr in den Geschiebe, was wir im DAX haben, so richtig trennen will der gar nicht mehr, das ist jetzt häufig so ein Tag, wo er sich wirklich rauszieht, wo er viel Bewegung bringt, dann springen ihm zu viele auf die Fersen, am nächsten Tag macht er meistens nur noch einen Gap, dann kommt schon gar nicht mehr so viel Bewegung und er läuft wieder zurück, das ist schon sehr markant, markante Bewegung, die wir die letzten Tage immer wieder oder die letzten Wochen insbesondere immer wieder gesehen haben, also so richtig Trenden ist das nicht, das ist eher mehr so ein Seitwärtsgeschiebe und wenn wir im Tagesschart gucken, Sie haben es ja auch mitbekommen, in den letzten Tagen war es öfter mal, dass wir gesagt haben, naja, es hat eine schöne Vorlage nach oben und zack ging er nach unten, dann hat er eine schöne Vorlage nach unten gehabt und zack ging er nach oben, immer ein bisschen so das Gegenteil dann gemacht, von dem, was es sich technisch eigentlich ermöglicht und das ist schon ein Zeichen, dass hier einfach auch viel, viel Geschiebe drin ist, halt viel seitwärts, wenn Sie mal gucken, wo wir vor drei Monaten standen oder wie viel sind das jetzt, naja, es sind schon fast drei Monate, ja, da fehlt nicht mehr viel, noch eine Woche, da standen wir bei 12,98 im Tagesschluss, jetzt stehen wir bei 13,64, ne, das sind ein bisschen was über 100 Punkte, 170 Punkte vielleicht, die wir seitdem geschafft haben, das ist schon, das ist schon, das heißt, klaren Aufwärtstrend zu zeichnen, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, für mich ist das schon ein leichtes Trendschwächzeichen, deswegen hätte es mich interessiert, wie der DAX auf einen neuen Hoch reagiert hat, wie er da dieses neue Hoch verarbeitet, wäre er brachial nach unten gezimmert worden, hätte ich ihm dann schon fast einen Keil ausgerufen und auch die Trendschwäche attestiert, die Trendschwäche müssen wir ihm aber so oder so attestieren, einfach weil er, weil er, weil er, weil er an Aufwärtsdynamik halt einfach verloren hat, ne, wenn sie gucken, wie er das ja noch ausgekontert hat, da ist so ein bisschen deutlich eingeschlafen, wir hatten das in den letzten Wochen immer mal wieder auch ein bisschen, wir haben es doch eigentlich erwartet gehabt, ne, dass eben genau das passiert, weil so in dem Bereich hier, plötzlich die ganzen Privatanleger, also so ziemlich genau eigentlich ab Mitte Juni, die ganzen Privatanleger angefangen haben, ihre Shorts zu beenden, Short-ETFs zurückzubauen, Long-Positionen aufzubauen, Aktien zu kaufen und so weiter, hier eher mehr mit dem Long-Fokus unterwegs zu sein und da hat man schon gesagt, das ist so ein scheide Weg halt, ne, das ist häufig eben auch kontraindikativ, wenn die Masse plötzlich umdenkt, wenn sie die ganze Bewegung immer nur Short wollte und auf einmal nach wirklich langer Bewegung auch sich von den ganzen Shorts trennt und auf Long umstellt, das ist immer ein Punkt, den man mit beachten muss, aber er muss nach unten die Signale vorgeben und auf die wappt man seit drei Monaten halt, ne, so gefühlt, haben wir nach wie vor hier keine fallenden Tiefs drinnen, das heißt, wir haben noch keinen Trendwechsel und das ist so ein Punkt, wo ich jetzt hier wirklich mal ein bisschen, wo wir auch kurz drüber sprechen müssen halt, weil wir haben ein fallendes Tief erstmals, wir haben hier ein fallendes Tief, äh, fallendes Hoch, Entschuldigung, wenn es denn dabei bleibt, ne, wenn es denn dabei bleibt, ne, aber dazu müsste der DAX tatsächlich auch noch hier unter 6,60 fallen und dann hätten wir ein fallendes Hoch und ein fallendes Tief und dann könnte tatsächlich mal ein kleiner Trendwechsel auch sogar reinkommen für ein bisschen längere Zeit. solange das aber nicht ist, muss man sich auf der Shortseite trotzdem noch ein bisschen zurückhalten, weil er kann ja locker auch einfach noch ein weiteres hochsetzen und dann hat sich das mit dem fallenden Hoch schon mal zum Beispiel erledigt, ne, und da könnte er zum Beispiel hier mal noch dieses Gap closen, was hier bei 12, nee, bei 13,5,70 liegt halt, ne, oder wo liegt es? 13,5,60 ist es, ne, 13,5,60 haben wir hier oben noch dieses Gap, ähm, das wäre dann ganz interessant zum Beispiel ab dem Moment, wo er die 13.300 überwindet und hinter sich lässt, wäre das ein schönes Ziel. Die obere Gapkanalkante, äh, Kanalkante, die liegt ja auch um die 13.600 rum, ne, ähm, da müsste man dann vielleicht auch aufpassen, dass man in dem Bereich hier oben auch nicht mehr in dem Short drin, arbeitet, ne, in dem K.O.-Schein, der wäre für mich jetzt eher was, wenn wir von hier nach unten arbeiten, äh, in oberen Bereich würde ich dann aber tatsächlich, äh, das Ding dann nicht bis zum Schluss halten wollen und vielleicht später auch nochmal ummünzen. Es ist nur einfach so, wenn der Dax jetzt hier nach unten arbeitet und man hat einen K.O. mit, ich sag mal 14.000, hat man auch relativ wenig Saft auf der Leitung und kommt nicht so gut mit, deswegen erstmal die Wahl dessen, der ist auch gut, der steht eigentlich ganz gut hier oben mit diesem Gap-Klos da noch und, ähm, das ist aber wichtig, da sollte man drauf achten, dass man oberhalb von 13.300 halt, ähm, neue Hochs generiert, Kaufsignale im DAX macht, nach, neues nach Corona hoch und dass er sich dann leicht auch nochmal 200, 300 Punkte nach oben schieben kann halt, ne, das, das muss man im Hinterkopf behalten. Kommt das aber nicht, drückt er sich zum Beispiel von dort massiv wieder nach unten oder gar von hier jetzt unter die 12.660 wird man Verkaufssignale bekommen halt, ne, also dann wird man einen kleinen Trendwechsel bekommen und dann könnte der DAX auch nochmal ein bisschen stärker zurücklaufen, zum Beispiel hier auf unsere rote Zone von oben nochmal drauf, aber so weit ist es noch nicht, dazu fehlt noch relativ viel, dazu muss er auch noch ganz schön viel zeigen und von daher können wir das hier eigentlich so erstmal stehen lassen, können vielleicht das mal hier ein bisschen zur Seite ziehen, ein bisschen nachrücken, ähm, 200-Tage-Linien liegen jetzt ziemlich genau aufeinander, wären damit auch recht interessant, bei 12.100, 12.200 rum, äh, also eher im oberen Bereich, 12.170 bis 12.200, äh, liegen die dann, wir sehen auch, die Bollinger-Bänder ziehen sich schon wieder deutlicher zusammen, das untere kommt recht zügig nach oben, wird jetzt hier auch bald auf der 12.750 stehen, ich denke, das dauert noch ein, zwei Tage und damit deutet sich, ähnlich wie wir das hier hatten, bald auch wieder ein, ähm, Bruch aus der Seitwärtsspanne an, ne, also wenn sich die Bollinger-Bänder zu eng zusammenziehen, sind es häufig ein Anzeichen dafür, dass wieder ein bisschen mehr Trendbewegung im Haus, ins Haus steht, wenn wir jetzt den September mal so als Monat für uns gewichten, müssen wir sagen, das ist der statistisch schlechteste Börsenmonat ever, das heißt aber auch nicht, dass der Markt deswegen dort durchfallen muss, ne, wenn wir am Monatsende 100 Punkte tiefer stehen und zwischendurch nur wieder seitwärts gelaufen sind, war es auch ein schlechter Börsenmonat, der dann der Statistik gerecht wird, ne, man muss nicht immer denken, nur weil das ein statistisch schlechter Monat ist, muss er deswegen da 5000 Punkte fallen oder so, ähm, aber wir bekommen saisonal bedingt halt einfach jetzt auch ein bisschen Risiko mit in den Chart rein, ne, Saisonalität, das hier wichtig, weil einfach September, Oktober, das sind, das sind häufig Monate, wo es, wo es einfach ein bisschen strauchelt, wo der Markt sich, ja, gerne auch mal ein bisschen fallen lässt, also, das soweit mein Blick auf den Tagesschart, mir wäre jetzt hier tatsächlich wichtig, neues Hoch über, ja, 13200, 13300, das wäre für mich so ein Trigger, zur 570 hoch, zur 13600 hoch, ähm, geht er aber runter, geht er nochmal tiefer, auch unter die, was ist es, 12900 hier per Tagesstoß, unter die 12850 vielleicht sogar per Tagesstoß, wäre das so ein erstes Anzeichen für mich, dass man mal die, die 750, die 640 austestet, und wenn wir dann da runter noch einen Tagesstoß kriegen, hätte ich die 200-Tag-Linien im Blick, und das sollte man jetzt für die nächsten Tage schon, wenn er unten raus arbeitet, äh, mit ein bisschen mehr Weitsicht dann nehmen, einfach, weil der, weil der September jetzt hier reinkommt, wie gesagt, ohne dass das, dass das muss und kann, ähm, stand hier, sehe ich jetzt keinen Handlungsbedarf, äh, aber wir sollten uns jetzt schon drauf einstellen, was passiert, wenn der Markt oben raus geht, was passiert, wenn der Markt unten raus ist, weil glauben Sie mir, wenn er es dann macht, dann sitzen Sie wieder da, suchen tausend andere Gründe, deswegen ruhig jetzt schon einen Zettel ranschreiben, an den Bildschirm, wenn das passiert, dann handel ich das, wenn das passiert, dann handel ich das, und dann, dann handeln Sie halt auch schön nach Technik, ne, dann haben Sie viel Wahrscheinlichkeit im Trade, und, ähm, deswegen ruhig jetzt da mal schon drauf vorbereiten, das ist einfach wichtig, weil wir ja jetzt hier einen Monatsschluss sehen, neun Monate auch nochmal reinbekommen, äh, der auch von der Saisonalität nicht ganz unwichtig ist, und von daher können wir hier auch mal ein paar Minuten uns dem kurz widmen, in dem Thema, ne, ansonsten, das haben wir besprochen, die Marken, die sind bekannt, die Richtung auch, ähm, den zuvor, müssen wir jetzt bloß warten, wie, wie es sich zum Montag gibt, ne, macht er wieder den Montag, ich rette den Markt, und schiebe oben alles raus, wissen Sie, wo es lang geht, äh, also, das dürfte man relativ zeitig sehen, aber wenn er so, ich sag mal so, meist, so, zwischen neun und zehn, entscheidet sich das häufig im, im Darkstand schon am Montag, die Tendenz, ne, der setzt er ganz gerne dann, in dem Bereich schon fest, und, äh, geht dann den restlichen Tag eigentlich nur noch der Richtung nach, die er sich früh festgelegt hat, da kann man schon mal ein bisschen drauf achten, und gucken, wo er dann steht, ob er oben raus geht, oder ob er unten raus geht, und wenn er nur zur Seite macht, dann planen wir halt hier ein bisschen, geschieben noch einen zur Seite, um es dann zum Mittwoch aufzulösen, äh, zum Dienstag. Gut, Freunde, dann sind wir soweit durch, das heißt, wir haben nicht so richtig eine klare Tendenz, müssen ein bisschen schauen, ähm, wo er uns jetzt die Hebel umlegt, ich persönlich würde schon fast die Tendenz eher auf aufwärts setzen, einfach weil die letzten Montage so positiv waren, aber das ist eher jetzt so ein, so ein, so ein, so eine Unterstellung, sollte der Schwäche zeigen zum Montag, ich würde gar nicht zögern, dann da auch mal einen Short mitzusuchen, ne, wichtig ist nur, dass er da auch ein bisschen durchzieht, insbesondere so auch nach 9 Uhr, nach 10 Uhr, dass er das dann beibehält, und nicht einfach umgedreht wird halt, ne, das ist wichtig. Ja, mehr kann ich gar nicht mitgeben, ähm, wie gesagt, Scheine bleiben die gleichen, hänge ich nochmal im Kommentar unten dran, und, nö, das war's, mehr fällt mir nicht ein, ich hoffe, es war was dabei für Sie, ich hoffe, es hilft Ihnen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschö.